Hallöchen, wir sind die Blackfuss! Wir sind hier im Tanzrund und freuen uns auf unseren Auftritt kommenden Samstag, am 13. Hurra! Tun wir! Was können die Leute denn erwarten von eurem Auftritt im Tanzrund? Schöne Lieder, viele Lieder. Auch ein neues Lied dabei, würde ich sagen. Drei Stunden Konzert bei bestem Wetter. Gute Laune, Lieder aus 50 plus zwei Jahren. Kommt doch zahlreich. Wird ein heißer Abend, müsst alle kommen. Und dann mal eine Woche weiter gedacht, was passiert dann am Roncalli-Platz? Eieieieiei. Drei Tage! Das sind unsere Jubiläumskonzerte, drei Tage lang, Freitag, Samstag und Sonntag. Und da freuen wir uns natürlich auch drauf. Da haben wir Gäste und sind ganz heiß drauf da, mit denen zu umsitzieren. Und endlich das umzusetzen, was vor zwei Jahren zum Jubiläum 2020 geplant war, jetzt mit Verzug, endlich machen zu dürfen und können. Der Dom ist auch noch rechtzeitig fertig geworden. Ja. Ja. Ja.